Und nicht anders, so soll es sein. So. Richtig entspannt, ey. Ja. Brauchst keine Schlaftabletten mehr. Schlaft auch so. Ja, nicht. Lüge. De, 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 de. So. Que pasa, muchacho. Hola, que pasa, muchacho. Und damit sage ich ein herzliches Willkommen bei dem nächsten Stream mit Far Cry 5 mit uns beiden Chaoten Levy und Dacus. Leviscus 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 und Dacus. Los und Dacus. Da, 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 da. Besitzt du nicht sowas wie eine Heizung? Nein. Was? Doch, ich besitze eine Heizung, aber ich mache die nicht an. Ja gut, okay. Ansonsten frag deine Frau was. Hör mal, die ist arbeiten. Entschuldigung. Die ist arbeiten. So, weißt du, was das Geile ist? Ich habe mir ein Headset geholt, was Wireless hat. Und das Geile ist, ich kann damit jetzt rumlaufen und ich muss nicht darauf achten, dass ich über das Kabel stolperre. Das hört sich gut an, allerdings hoffe ich, wenn du mal auf die Toilette musst, dass du bitte dein Mikrofon stoppst. Ich habe mir Dings, ich habe, das ist auch so ein HyperX. HyperX, ja. Auch, aber... HyperX ist schon geil. Aber Wireless. Und dann wollen wir mal fort setzen. Ich bleib bei meinem USB. Ja, ich habe das extra jetzt... Da war ich ganz gut mit. Ja, das Dings, das USB-Dingen, was ich mir geholt hatte, das ist kaputt. Ja, das ist natürlich sehr unfair. Und deswegen habe ich mir das Wireless geholt. Das Wireless? Ja. Okay. Weil so kann ich auch schön, so kann ich schön dann auch auf der Couch meistens sitzen. Oh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd und die Hölle zog mit ihm einher. Der Vater. Der Vater. Der Vater geht mir voll auf den Sack. Tee. Hier erst. Was ist jetzt los? Ah. Oh, Forge, schweig. Ja, ja. Weil er auf den V-Ding gelandet. Ich habe meine Bambus-Stange. Ich habe die Bambus-Stange. Oh, sorry. Hallo. Aue. Komm her, Bambus. Hier, fang die Bambus-Stange. Brutus. Ach, nee, gar nicht wahr. Wie heißt du nochmal? Scheiße, das ist nicht Brutus. Ähm. Ich... Ähm. Was? Hallo. Ey, ich habe schon lange nicht mal gespielt. Ah. Ah. Warte mal, Maria. Wie heißt denn der überhaupt nochmal? Weiß denn der mal Bronco, Brutus, äh, Bowser. Ach, nee, Bowser war Mario, ne? Scheiße. Äh. Irgendwas mit B, oder? Ja. Boomer. Boomer hieß der. Fang den Stock, Boomer. Boomer. Okay, oder auch nicht Boomer. Ja, Boomer. Boomer heißt der. Boomer. Boomer macht Schümer. Was? Oh. Ola. Ola, que pasa. Pum. Ähm. Hä? Wie lange kann ich denn die Luft anhalten? Oh, ich werde schon blau. Was? Du wirst besoffen. Du wirst schon besoffen. Sag mal, mussten wir hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Nee, wir haben doch glaube ich... Doch, müssen wir. Echt? Ah, nee, 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 nee. Ach, doch, doch, doch. Wir müssen zum Kornkreis. Wir müssen in der... Ja, zum Kornkreis, aber ich wollte eben kurz gucken, ob hier noch irgendwas, äh... Ah, hier ist ein Dings. Hier ist ein Proper-Prepper-Versteck. Mr. Proper. Mr. Proper. Hahaha. Zwei dumme E-Gedanke. Ey, jippie. Bömer. Schwupp. Dau, 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 dau. Einmal bitte einen Waldspaziergang. Ach, ist das schön in der freien Natur. Einmal den Hund rauslassen. Echt mal? Der ist zwar dauerhaft raus. Oh, oh. Oh, mit der war viel noch nicht so klar. Und jetzt muss ich noch mal draufklacken. Was? Schreie nicht so rum. Du bist hier nicht alleine. Was? Wo? Ach, da vorne. Ach, du scheiße aufpassen. Schreit drin. Hier, Alter, schreit doch nicht immer so laut. Tschüss. Oh mein Gott. Es tut mir echt nicht leid. Bub-tschü. Ah, es drinnt. Mein Arsch. Ah, ich hab mich in Brand gesteckt. Hä, typisch wieder, ne? Hä, ich hab Feuer, Teufel war hier wieder am Weg. Unser guter Libiskus. Oh, wirklich. Äh, war das nicht? Ich hab... Kann... Echt jetzt? War ich das? Keine Ahnung. Was denn, Boomer? Wo denn? Wo? Hä, wo? Hä, du bist... Oh, hi. Hä, warum der? Äh, das hier aber nicht. Ja, es tut mir ja leid. Ich hab aus Versehen einen fast getroffen. Äh, mein Gott, ey. Kann doch nicht wissen, dass da doch mal so eine Ausnahme... Für den... Schnauze! Uh! Das hat niemand gesehen. Ich hab die Frau niemals angefasst. Im Leben nicht. Ich würde niemals Frauen schlagen. Okay, ich hab sie als erstes getreten in der Weichte. Aber trotzdem. Ich würde niemals... Ihr habt keinerlei Beweise. Oh, guck mal hier. Ah, hier, Dings war auch hier. Guck mal hier aus The Last of Us hier. Ähm, wie heißt die kleine nochmal? Ellie. 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 Äh, genau. Ja, die hat wieder ihre scheiß Gitarre hier gelassen. Die blöde Kuh. Wieso? Das Spiel ist cool. Ich hab ja auch nicht gesagt, dass es scheiße ist. Hä? Spiel mit den Feuer. Prepper versteckt. Mann! Geh mal raus, da. Ich muss noch... Hallo. Danke. Oh! Da kommt was an... Angepimmelt. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Hä, tschüss. Das arme Wuffi. Ich muss erst mal wieder. Echt? Ich dachte, das wäre ein Wolf gewesen, Loll. Wolfshaut. Ein Wolf war das. Der war doch ein Wolf, ne? Hä, wohnt ich denn der? What the fuck? Hä? Der lag doch gerade in dir. Hä? Toll, hier ist ein Bluesflake aber nicht mehr der Wur... Oh, okay. Mal gucken. Wie blick wollen sie heute sein? Libiskus, oh. Oh, ich hab sieben... ...kanalisation rein. Ja, ich hab noch sieben Vorteile. Mal gucken. Ähm, du gehst vor. Ja, Moment. Äh, b-b-b-b-b-b. Ich würde niemals Boomer abschießen. Psst. Boomer. Schnauze. Wir hören das hier nochmal. Was ist das hier nochmal? Trängas? Ah, nee, das ist auch Granate, ne? Hehehe, ich weiß, was passiert. Ja. Ich hör ihn schon. Wo ist das Drecksvieh? Da vorne rechts ist es. Äh. Misfi. Blöds, Misfi. Vielfraß. Ja, so wie du einer bist, ne? Hey, hier ist kein Schl... Warte mal. Wo hab ich denn den Schlüssel? Hier steht Schlossknacken. Ich mach einfach mal auf. Tschüss. Ach ja, du hast ja den... Du kannst ja die... Hä? Was war das? Hä? Äh, dein Boomer steht draußen und draußen wartet schon jemand auf ihn. Auf uns. Ja. Dann sollen sie warten. Steht sich jetzt die Löcher an der Beine noch mal wegen dem. So, dann... Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da blühen dann? Was blüht man hier denn? Was ist denn das? Oh, oh. Molotow verbess... Äh, okay. Okay. Gut, ja. Gut. Ja, ja, ich weiß. Wofi. Na, hier klarkommen wieder. Wo ist der Drecksack? Der war doch halt noch hier draußen. Hä? Ey, der Hund stalkt den Dude, ne? Möchte ich mal anmerken. Wir schleichen uns ganz leise dran. Das ist der Plan. Boomer, verrat mich nicht. Weiß ich nicht. Was passiert? Ich bin gerade nur vorbeigekommen. Och, Mann. Oh Gott, hier ist ein Fass. Hä? Ey! Spanne? Ne, 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 ne. Meine Lieben, ihr habt's gesehen. Er hat Boomer eiskalt in die Luft geschmeckt. Wir haben's schwarz auf weiß. Klippet. Klippet. Aber ich war das mit dem Feuerfreund, ne? Ja, ja, ja. Den Übeltäter haben wir ja jetzt hier. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Oh, oh. Das ist... Okay. War keine Handpflanze. Okay, dann lassen wir zum Kornkreis. Wo, wo, wo? Was? Ach so. Stimmt. Wir müssen jetzt... Kreiskorn. Äh, Kornkreis. Miau. Auf. Gut. Was? Wo? Hä? Ich kann immer nur was markieren, aber ich weiß nicht, wo. Das ist... Ach, da links. Vollkommen interessant. Oh, Prepper. Hallo. Ta. Oh, mein Gott. Ich hab den getroffen. Lul. Ich hab ihn getroffen. Echt? Ja, ich hab ihn getroffen mit der Farbe. Oh, mein Gott. Das wird ein Sniper-Problem. Ja, kein Problem. Gerne geschenken. Ja, ja, bitte. Einmal danke reicht. Danke fürs Arsch retten. Oh, ist das geil. Warte mal. Das ist Fernzündungs... Genau. Gedönse. Okay. Cool. So. Ach, da hinten müssen wir hin, oder wat? Ja, und da hinten ist Dings. Hä? Was ist denn da los? Was ist denn jetzt los? Ach, wir müssen hier die... Ähm, genau. Fang es. Los. Schnapp es dir. Komm und schnapp sie dir. Pokémon. Ey! Bleib hier! Hoppe's. Hülsvieh, alter. Killer-tum-Träne. Bockel, buckel, 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 buckel. Gobbel, 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 gobbel. Gobbel, 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 gobbel. Das sind Killer-Gobbels. Killer-Gobbels. Und hier sehen sie jetzt einen Profi bei der Arbeit. Schauen wir mal zu, was das macht. Oh, er hat gelernt. Das hat keiner gehört. Im Suchgebiet. Hier muss irgendwas noch sein. Was? Als hat den... Leul, den trisst du aber auch so schlecht, ne? Hä? Du scheiß Vogel, du! Äh, der hässliche Pottpimmelvogel, Anna. Du hässliche Pottzau, du! Hä? Was? Was? Was zur Hölle war das? Hä? Hast du gerade was geschmissen? Nö. Oh, weg auch weg. Oh, alter! Äh... Komm mal, erinnert noch mal hoch. Ah, hier! Hier ist eine Leiter. Dann von... Dann hier drauf. Hä? Und dann... So. Och, du Scheiße. Mann, du blöde Hade, halt doch mal endlich die Schnüsse. Oh, ist dieser Adler laut. Ernsthaft? Ich hätt auch von hier reingekonnt. Oh, was haben wir denn hier schönes? Mann, hat doch die Klappe, du Döder Adler! Oder ist das ein Falke? Ach, keine Ahnung. Irgendwas ist das. Äh, ne, geh doch nicht wieder runter! Mann, komm hoch da! Alter! Menü! Alter, Finne! Hab den Roter getroffen! Er, oder? Stop! Er, er, er. Was? Er, er, er hat doch nicht auf. Lauf! Scheiße, Feuer! Lauf! Doc, tschüss! Gott ist sein Zeuge, du findest mich. Okay. Fuck. Alter, was geht denn hier ab? Jede Menge Hanf. Heb das Hanf bei, äh, Tanf bei, Tanf bei. Gebt das Hanf frei! Gebt das Hanf frei! Hä? Hä? Ich hab was gefunden, denke ich, glaube ich, zu wissen tun. Ähm. Äh, ich hab hier... Einen Schlüssel! Danke, ich hab'n Schlüssel gefunden. Echt? Neck mich. Du spinnst doch! Eheh, du spinnst doch! Eheh, heheh, heeha! Jetzt hattest du mich ver... Wasch! Noll. Irgendwie hab' ich grad noch nicht den Rauf mit dem Zieren bei dem Game, ey. Nein! Geh mit meiner Waffe wieder, verdammt! Nein! Da ist 2,000 meine Waffen, muss man aber fair sind! Blöd! Ich will den plündern und er schmeißt die Waffe und wechselt die aus, Mann! Es ist immer dasselbe! Immer das Gleiche in Games, du! Immer hier am Plünder, du! Echt, ey? So, das haben wir jetzt... Was ist denn da? Warum ist das markiert? Äh, warum ist das markiert? Hä? Ist hier noch irgendwas? Was ist das? So, was ist hier oben noch? Hä? Warte mal. Was genau ist jetzt hier markiert? Ich muss vergessen. Check ich nicht. Ach, da! Oh! Äh, hier liegt noch ein, äh, Lost on Mars, äh. Ach, Mars-Comic. Ja, hab ich auch mit... hab ich auch bekommen. Ja, du... ich wollt grad sagen, was... hä? War ein bisschen merkwürdig jetzt da. Sammle... jetzt müssen wir noch ein Alien-Objekt finden. Oh, cool. Hör auf, warum nicht so knurren, wenn du nichts gefunden hast, Mann! Knurr lieber, wenn du was findest! Blöder Hund! Echt nur... Schlecht abgerichteter... äh... Abgerichteter... gull doch... So, ich hab jetzt nen Schlüssel... gefunden. Wofür war der Schlüssel hier noch... Ah, okay, ich hab's ja rausgefunden. Ah! Oh, hier liegt, äh... Hä? Ähm... ja... Oh, okay, ist voll. Ich... hallo? Tschüss. Okay. Was, was, was? Was, 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 was? Okay, da steht ein Auto. Sag mal, was machst du da? Schmeiß da erstmal die Hop- Hop- Tonnen weg, um. Hä? Wär ich? Ne, der Hund! Ach so. Ach so, ich komm nicht mehr über den Zaun rüber, oder wie? Aber ich wollt schon sagen. Oh! Die haben uns hier ein Auto hinterlassen. Mh. Schönes Auto mit... mit... mit Knall-Pack-Punk. Nein, das sind keine Special Effects im Spiel, das ist, äh, Dark sein Handy. Ja, das war mein Handy. Nein! Nein! Scheiße! Nein! Fuck! Das war auch falsch. Mann! Fuck! Bleib stehen! Bleib stehen! Oh! Nein! Scheiße! Nein! Oh, fuck! Ähm. Das war Ran, das hier plant. Aaaaah! Was machst du? Ich... Ich... Äh... Mein Plan war... Au! 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 Aua, 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 der schießt da auf mich. Hä? Der Pjörkige, er meint, du hättest mehr als genug Proben besorgt. Bring sie zu mir zurück. Alter, wie schnell bist du? Was hat? Jo, wat geht denn hier ab, ey? Okay, also ich habe, äh, eigentlich, also, Tanklaster und bumm und ich bin in Feuer geraten und, äh, ja. Das war die Kurzvariante. Was machst du da schon wieder? Ey, was machst du? Äh, hola? Hola, capasa. Ach, dieser sch... blöde Atmer. So. Oh, Alter, kann ich die Musik irgendwie leiser stellen, ey? Ach, ich glaube, das geht gar nicht. Oh, ey, ich werde angegriffen. Jo, okay, das war der. Ich dachte, du fährst längst los, Alter, weißt du? Und dann bleibst du da noch stehen. Ich dachte, ich kann so im Menü reingehen, ja toll. Dann werden wir halt mal eischkalt ab, sehr gut von dem Füdern. Ich war auch gerade im Menü. Mann! Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich ja sagen konnte. Also dazu wollte ich definitiv nicht ja sagen. Hier bleiben nur zwei Wege, Erlösung und Tod. Der Kapazin. Ja, in dem Fall war es bei uns ja definitiv tot. Tot als gut. Perfekt. Herzlichen Dank. Herr Bussewil ist gelandet. Ey, der fliegt jetzt nicht erst ab. Nö, ich will hier weg. Der fliegt da oben immer noch, verpiss dich. Bin ich da. Der Vogel? Nein! Der Flieger da oben, siehst du den nicht? Ach, da. Ja, der hat vorhin unseren Dude da oben abge... Verpiss dich! Ich weiß, dass er uns will. Taaack! Rette mich! Oh ja, macht die Drehung. Er dreht um. Oh, scheiße. Ich komme von oben! Fuck you, Junge! Verpiss dich, ey! Dreckszack, Alter! Ich greife das Ziel jetzt an! Macht euch! Resslich! Ist er abgeschützt? Oh. Oh mein Gott, ey, der nervt so hardcore, ne? Ich lauf zum nächsten Trepperversteck. Ja, der wird sich aber so... Ah! Ja, ich hab die Akku von ihm, oder was? Ja, okay. Wieso hab ich jetzt seine scheiß Akku, Alter? Leck mich an den Klönen, ey. Geronimo! Fallschirm, Attacke! Äh, Attacke! Oh. Ich bringe jemanden mit aus der Luft. Jo, mach dat. Ja, find ich uncool. Ruf den Notarzt... Nö! Der bleibt schön bei dir. Ruf den Notarzt! Ruf den Notarzt? Ich hab mich denn die ganze Zeit diese scheiße Melodie aufgehohren, ey. Oha! Ey, der fährt... Diese Waffen fährt sie zu hardcore, ne? Okay. Okay. Cool, wir sind da. Fuchsbau! Uuuuuh, was? Ähm. Wieso passiert eigentlich immer mir, der Scheiß? Hä? 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 Wo war'n das nochmal? Hä? Hä? Ähm... Ach doch, du bist hier... Ah, ja! Ich brenne wieder! Natürlich brenne ich wieder! Er kommt ohne Verbrennung durch, aber ich brenne wieder, ne? Ja, ich brenne auch! Ach so. Hab mal nichts von gesehen. Meine Güte, ey. Nein, ich bin runtergefallen! Okay, so geht's auch. Oh, um den Tor, please. Njo! Bist du gerade runtergefallen? Wenn du das hörst, dann verschwinde, verdammt nochmal, verstehst du? Ich helfe ab. Nichts hält mich am Boden. Der Fuchsbau. Boah, ich hab jetzt alles. Ich muss wirklich hoch sein, ich bin schön. Gib mir die Weste, gib mir die Weste, gib mir die Weste. Hab ich mir gerade die Weste geklaut? Nein. Ähm. Mach mal auf hier. Warte mal, was? Ich, ich. Das ist doch dein scheiß Ding, nicht. Sag mal, wenn man da kriegt, ist doch nur blaue, blaue Dinge, aber brichst du doch noch den Nagel ab oder so. Jetzt sind nicht mal was drin, toll. Nur Geld. Jetzt hab ich... Für mich war nicht mal Geld drin, oder? Noch bin ich von dieser Waffe hier nicht überzeugt. Gut, dann machen wir mal wieder zurück zu Larry Parker. Voll der Larry, ey. Voll der Larry, ey. Okay. Ähm. Haben wir Besuch? Ne. Ne. ok also der Motor hat schon echt einen krass beachtlichen Sound muss man ja ehrlich sagen ich verstehe kein Wort hast du gerade den Arm nein, ich habe den nicht umgefahren nö, du, nö, da, nein, hast du nicht, nein hat nur, hat nur bum bum gemacht, ne, so kabumm oh shit ijohohohohohoho DÜT NEIN ja soo regeln wir das im Ruhrpott Altar was? hehehehe nicht anders hör mal dein Boomer liegt hier tot auf der Erde einmal in die Klöten seid ihr denn auf einmal? ja das war gar nicht dein Boomer das war irgendein anderer Dude ok bin sofort bei dir, im Moment ok ok, erste Hilfe hier hinterm Haus ist eine Kiste alter sag mal, geht das nicht gesund? ich bin aufm Weg ähm hör mal, ich will mit dir reden mit weh? so eine Einheimische nervt die Kugas ständig, dass wir ihre Sachen von der Sekte zurückholen sollen wir können dafür niemanden entfernen, aber wenn du in der Gegend bist, könntest du ja mal zu ihr gehen ich mach doch überhaupt nix, Mann ich mach doch überhaupt nix, Mann ich bin unschuldig was machst du denn da schon wieder? ich rede jetzt mit diesem Blurry sag schon ok uah ähm da ist ein Hubschrabschrabs und zwar ein feindlicher Hubschrabschrabs irgendwo 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 der dynamische Laser Kondensator ist fertig jetzt wird's richtig los ich hab doch erst bei ihm oder bin ich hier spanner hä? das war alles toll es ist einfach an der Zeit, dass ich mich an ein neues Abenteuer mache wie sieht du scheiß aus hier drüber ich war's nicht und zählt nur noch der Strom und ich brauche mehr als das lokale Netz hergibt und ich weiß was du denkst aber einen Blitz einfangen scheidet aus das mach ich garantiert nicht nochmal ok das ist vom Berg im Orden sollte genug Saft haben wir müssen nur den gesamten Strom direkt hierher umleiten das sollte dann für einen Versuch reichen ich gebe dir über Funk Anweisungen los ab mit dir wir haben nur eine Chance die Welt vor dem sicheren Ende zu retten die Welt vor dem sicheren Ende zu retten ah ja tut das weh er muss mir helfen du bist eine Heldin du bist meine Heldin nein du bist eine Heldin ach so ich hab verstanden du bist meine Heldin hast du ihn gerade aber hast du den niedergeschlagen ich weiß nicht wovon du redest keine Ahnung der lag da auf einmal auf dem Boden jetzt sind wir hier schon wieder ach so ähm 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 in all der Zeit wo ich Far Cry 5 jetzt schon ein paar Mal gespielt habe hab ich seh ich die jetzt zum ersten Mal hehehe 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 weitermachen hehehehe hehehe 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 mhm mhm die Schalttafel müsste in einer Hütte in der Nähe sein ah ja ok klar kein Problem Schalttafel Hütte Nähe sein ok wo komm ich denn hier rein ach so hier erst mal gucken was wir hier so schönes haben plündern kann ich nicht ok ich glaub wir müssen hier irgendwie hoch ne war das nicht so ja ja genau oh da oben kann man auch ne da oben müssen wir sogar hoch oder? oder? ich hab keine Ahnung warte mal ach ne ich war erst unten oh oh da bist du hier bist du da bist du da 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 ja ich bin da ah nicht perfekt ah hab was gefunden äh ja hallo so dein Ernst? war der Einsatz noch nicht hoch genug für dich? hä hättest du mich verraschen? du musst dich beeilen hast gehört? beeil dich Dark ich habe noch nicht genug Strom gut ich auch nicht bin oben ich geh ich geh ich geh ich geh ich bin oben ok geh geh hoch ja ja ich arbeite verdammt da kommt was wir kriegen besuch boah boah wie komm ich denn da am besten hin? wie komm ich da hin? wohin? achso ja alles gut hab schon ich bin halbwegs da wiiiiiii ich bin halbwegs da ja der Strom wird rumgeleitet jay hippie komm hoch an nur dich zu verabschieden was? wie fp ok was? wie zu verabschieden äh doof Alter, das ist so schwierig, den zu treffen, während der fährt, ne? Was? Der hat Rad ab? Wie sollen wir, dass du ihm zurückgehst, oder was? Ja. Oder hab ich das jetzt richtig verstanden? Ja, moin. Wo sind denn hier eigentlich die, warte mal. Oh, okay. Das muss ich mal irgendwo sehen, hab ich, ne? Oh, warte, ich wollte mir irgendwas geholt haben. Ich weiß ja nicht mehr, wofür war da nochmal? Warte, warte, warte. Spezialmonie, nein, 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 nein. Was war das nochmal? Das hier unten, die Reihe war da, glaube ich, ne? Gewehr-Munitions-Tasch, das war ja immer Gewehr-Munitions-Tasch, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Boah, Nui! Alter. Äh, was? Oh, ich hör schon wieder einen Hubschrauber. Oh nein. Wo hast du den Hubschrauber jetzt her? Hm? Wo hast du den Hubschrauber jetzt her? Ach, er hat sich jetzt auch die Edition gegönnt. Mhm. Ja, 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 ja. Nur das Add-on. Ach so, nur das Add-on. Ja, 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 ja. Ja, da flieg los jetzt, los, zack, zack. Auf geht's. Ähm, ach so. Nein, was machst du? Alter! Wenn einer hier uns umbringt, bin ich's, das ist mein Job! Nicht Deiner! Oh, scheiße. Oh, der Propeller hat mich erwischt. Du hast mich mit Propeller gekillt. Ich bin du. Oh, cool. Ich bin du? Hi! Toll. Mann! Das sieht aber schön aus, wie du das abmachst immer. Hallo, ich will respawnen. Ja, ich warte. Die respawnzeit ist vorbei. Ich warte auf dich. Ach so, ich bin... Ja, ich bin hier. Holla. Okay. Die Zeit ist gekommen. Bist du bereit? Ich war's. Was? Ist das dein Ernst? Mann! Oh, du vermönst mich! Hä? Bist du bereit? Ich war's, bis ich die Generatoren reparieren musste. Dank dir werden Anne und ich die Galaxis retten. Ich weiß, was du denkst. Ich würde dich auch gern mitnehmen, aber das ist zu gefährlich. Anne wollte mich und nur mich. Und wir dürfen diese Mission nicht gefährden. Fühl dich nicht ausgeschlossen. Sei stolz auf deinen Erfolg. Du hast unseren Ziel gut gedient. Ich will mit! Hä? Was? Wer? Wie? Wo bist du hin mit? Du musst nur noch für mich diesen Knopf da drücken. Auf dem Generator. Was? Okay. Aber das war's dann. Na gut. Dann drück du mal. Knöpfchen. Ich drück den Knopps. Ich drück den Knopps. Huiiii! Ach, schade. Oh, ich seh nichts mehr. Ich bin blind. Äh, wo bist du hin? Ähm. 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 Du wirst es mir nicht glauben, aber ich habe Dinge gesehen, die hast du noch nicht bei deinem Küstzeug gesehen. Glaub mir. Jo, was? Wo warst du? Weit. 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 Du warst auf dem Mars. Ja. Du weigerst dich ja zu sagen. Und bis du das tust, wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst. Ähm. Warte mal. Ist hier für dich eigentlich auch eine Waffe? Warte was? Liegt hier eigentlich für dich auch ne Waffe? Nö. Hier liegt keine Waffe. Okay, dann hab nur ich dir aufgehoben. Jo, hallo, ich treff dich doch. Was ist denn jetzt los? Da wollt ihr mich verarschen. Könntest du den bitte mal töten? Der will irgendwie nicht ster... Ja, der will irgendwie nicht sterben. Alter, der steht... Ich bin tot. Ich meine eigentlich den Premium-Dings hier links. Ähm, sehr geblieben da. Hinter uns, hinter uns. Okay, jetzt ist er weg. Hä? Wow. Der wollte nicht sterben. Ja, dieser Dödel wollte nicht sterben, Alter. Ähm. Der steht da immer noch, oder? Hä? Was zur Hölle? Ähm. Dark. Ja? Bei mir steht der hier nicht. Du siehst aber schon, dass hier einer vor mir steht. Ja, bei dir im Stream, aber nicht bei mir. Ich kann ihn auch lohnen. Hä, hä. Warte mal. Was zur Hölle? Geil. Alter, Finne, ey. Alter, Finne, ey. Der müsste, glaube ich, bei mir hier irgendwo liegen. Warte mal. Toll. Jetzt habe ich ihn verloren. Alter, wie soll ich mit diesem Gewehr treffen? Ah, der liegt bei mir hier. Ich habe getroffen. Hä? Wo? Jo, du bist ja am Arsch der Welt. Okay, gut. Die fahren los. Die hauen ab. Wie sie wieder abhauen, die Pissen, ey. Wieso habe ich jetzt schon wieder Musik? Ich finde keine Musik. Okay, muss ich geben auf den 2, äh, 2. Bin ich ehrlich. Voll die Schisser, ey. Oh, ich habe die Musik aus. Oh, ich habe die Musik. Oh, Leute, ich habe die Musik aus. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Keine blöde Musik während der Fights. Ähm. Da hinten ist, da liegt wieder einer, der verwundet. Warte mal, keine Musik während der Fights. Warte mal, ich mache die mal auch mal aus. Wo habe ich die? Wo ist das denn das? Das nervt mich halt hardcore so, ne? Musik. Äh, warte mal, wo ist denn das? Option, Audio und dann steht da oben das zweite Feld. Musik. Ah, aus. Okay. Habe ich. Perfekt. Ich scheiße auch. Was? Oh nein, nicht er schon wieder. Ey, ich habe keinen Bock mehr. Können wir, können wir bitte? Ja. Der dreht ab, oder? Der hat uns gesehen. Nein, hat er nicht. Ah, nein, der ist da beschäftigt mit dem da oben. Okay. Oh, 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 oh. Oder? Ich hoffe. Hm. Ich hoffe, er ist bei der Lamb-of-God-Kirche. Die Peggis können wir einfach nicht nur... Ich hoffe, er ist einblenden, ausblenden. Okay, er hat uns gesehen. Dazu solltest du laufen. Lauf. Lauf. Fliegerass oben hat uns gesehen. Wird jetzt auf uns schießen. Lass mich raten. Er will wieder auf mich schießen. Du bist so ein Bastard, Alter. Er pisse dich. Wieso schießt der immer auf mich? Ich habe keine Ahnung, mein Freund. Ja, er kommt schon wieder zu mir. Sag mal, will er mich verarschen? Ja, gehst du für deinen Partner zurück? Halt mal deinen Maul. Oh, der nervt. Ich bleib jetzt im Wald und in den Büschen und überhaupt und so. Lass mal zur Lamb-of-God-Kirche laufen. Ja, du rennst ja noch nach hinten. Du waltest ja nicht auf mich. Warten wir doch mal stehen hier. Startes Heimbeschluss. Er ist statisch Feindbeschluss. Er sieht mich nicht mal. Ich sehe nicht mal ihn, aber... Ich weiß nicht. Oh. Er meint's ernst. Oh, Bro. Hi. Was? Ähm. Was ist... Wo kommt der denn jetzt her? Hä? Hi. Tschüss, Stark. Ähm. Ähm. Buh. Oh, la, er geht was. Alter. Ich will hier rein. Hör mal, Stark. Wie ist die Luft da draußen? Hör mal, ich weiß. Wie. Wie. Er schaukelt wieder. Er ist, glaube ich, wieder drei Jahre alt geworden. Er sitzt auf der Schaukel. Am Hubschrauber, du. Wie. Ich weiß auch gar nicht, warum wir... Hä? Können wir jetzt einfach weiterfliegen mit dem? Oder wie sieht das jetzt aus? Äh. Tschüss. Bist du gerade... Wir haben verpasst. Fliegt der uns jetzt irgendwo hin? Alter. Ah, ich bin tot. Du bist gerade gestorben. Stark, warte auf, ich komme. Au. So hab ich jetzt Damage bekommen. Ja, der Rotor. Ja, der Penner, Alter. Blöd Arsch. Ach, doch still! Boah, Schrauber, Alter, ey. Holt mich dann fick doch mal hier raus! Na, wie, es gibt da dieses Mädchen, Skylar. Fantastische Anglerin. Sie sucht einen, um den Spiral zu fahren. Du solltest sie aufbüren, wenn du die Gelegenheit hast. Da kämpft ein Stier gegen eine Kuh. Ne, gegen einen Bär. Ey, ich hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Hier passieren komische Dinge, die ich sonst nie im Far Cry sehe. Und das war nicht ernsthaft, ey. Hier passieren wirklich mega komische Dinge. Die hab ich noch nie so... Wirklich, echt nicht. Also... ein Rubschrauber, der hier uns abholt. Der die ganze Zeit kommt hier rumpümmelt. Worauf ist der her? Ey, oh, ich will mich verarschen. Okay, Louis, check ich das nicht. Ähm. Hä? Okay. Alles klar, kein Problem. Warum folgt uns die ganze Zeit dieser Vollidiot? Ich hab keine Ahnung. Hä? Ja, was ist das mit dem? Der Bulle, der ist hier voll auch voll am Durchdrehen. Ja, stimmt hier nicht. Der Bulle ist schon gar nicht mehr da bei uns, äh, bei mir. The fuck? Wo ist denn jetzt der Bär? Also, der Bär ist rechts hingelaufen. Und vor mir ist gerade irgendwas anderes weggelaufen. Keine Ahnung. Ja, aber der Bär ist bei mir tot gewesen, oder nicht? Hä? Bei mir ist der weggelaufen. Ich kann ja bei dir tot sein. Naja, egal. Komm. Äh, da hinten liegt irgendwas. Da. Da. Und da ist ein Stier. Oh, ist der Stier. Genau der. Da liegt ein Stier. Schön, dass der jetzt tot geht. Da lag, äh, ja. Mach ich ja. Wow. Ja, und hier liegt... Ach! Ach, was. Okay, das ist ne Kuh. Das ist ne Kuh. Nö. Nö. Und das ist ein Rindvieh. Ah, cool. Toll. Super. Und da hinten ist ein Silo. Ja, da können wir auch hin. Würde ich sagen. Erstmal das holen. Ähm. Dude, wieso triffst du den mit einem One-Shot den Bären? Ich hab den eigentlich in die Magengegend geschossen. Hä? Okay. Alles klar. Nein, nix nehmen! Ich will meine Waffe wieder haben! MAUN! Ey, sag mal! Dann musst du den Wagen erst mal wegfahren. Scheiß-Murrisch, jo! Oh, da hinten ist ein Sniper! Hä, wo denn da? Hä, der ist da ganz weit hinten. Ja, der ist hinter Bär. Ja, moin. Guck ich hier, alles klar. Also, irgendwie ist dieser Scheiß-Sniper scheiße. Geht irgendetwas ab? Keine Ahnung. Bei mir ist das gerade irgendwie groß. Irgendwie ist ja alles irgendwie gut. Selbst Puma ist verpackt! Du kannst uns doch nicht einfach schulde dir was. Gut. Ähm. Okay. Nein, ich will den Hund nicht streiten! Boomer weckt auch! Du hast gerade deine, deine Sniper weggeschmissen. Ja, ich habe keine Munition mehr. Weißt du, wo Mabel Tiere präpariert? Ein paar Leute wollen gesehen haben wie eine Kugel. Ja, ich muss Dings, ähm, um, äh, Herausforderungen zu machen. Muss ich eine neue Waffe, äh, haben. Äh, warte. Kann ich dir genau sagen, was ich machen muss? Äh, ich muss... Ich muss... Ich muss, ich muss 10 Kills mit Schrotflinten machen. Oh Gott, das ist schön. Ja, ja, okay, cool. Mhm. Das, das hört sich toll an. Wirklich. Bis. Als Prepper? Huh! Toll, du hast wieder alles kaputt gemacht. Echt toll. Ich geh mal kurz hier oben in die Scheune rein. Vielfrast! Lark, vielfrast! Uh. Irgendwo ist ein Vielfrast. Äh. Opa, hier ist Veronisch. Hä? Außer da... Bist du gerade da vorbei, Schatz? Ich krieg die Tür nicht auf. Ich kann hier nicht aufmachen. Du musst hier leider irgendwie reinkommen. Ich bin hier drinne. Ja, ja, ja. Ja, ich glaub das scheuen Tor soll so wohl nicht aufgehen. Das ist uncool. Oh. Ja, gut. Dann ist das so. Okay. Ähm. Guck. Guck. Das drauf aber mal her. Hier passieren merkwürdige Sachen. Das ist gut. Nein, das war's. Let's do's. Darn. Guck. No, das. Das ist jetzt drauf. das ist für dich auch mal schön dass das mal hier passiert und nicht mehr ich will schon wieder fliegen ich hasse Flugzeuge jeglicher Art so 2 wir haben noch Sägewehr, Gefängnis von Hopkown, hier haben wir auch noch ja hier ist Dings, hier ist 1 Jack Elch was? Oh, Waffneter Convelle Convoy oh was ist hier? oh nein nicht der Scheiß juchh mir nicht Patei ich geh nirgendwo hin ich geh nirgendwo hin ihr Mistkerle gehst du nicht cool geil ich geh nirgendwo hin was? wo? laberst Müll da oben, hör auf damit cool 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 ich heiss nicht Glockenturm ich heiss nicht Glockenturm ich heisse Dacus jo es heißt Dacus ich bin hier oben im Turm ja, schön für dich was interessiert mich was interessiert mich das jetzt? ich hab schon gehört dass da jemand der Sekte das Leben schwer macht das ist ein gutes Timing siehst du die Gräber da unten? da sind ein paar Kriegshelden begraben mein Dad ist einer von ihnen oh nimm deinen Arschbohr aus meinem Gesicht ich steh jetzt genau bei dir vor alter ich kann mir nicht solange ich hier bin solange ich noch atme hört niemand das Grab von meinem Dad an warte mal was okay war das da? ist das andere? sie durften gleich wieder da sein warte mal da war eins ach da ist eins da ist eins und das andere war was? wo ist denn Südosten, alter? warte mal Südosten ist da oh mein Gott tschüss wie ist das so? wir sitzen zu dicht aufeinander geh mir nicht auf den Sack greif sie aus einem anderen Winkel an Halt deinen Mund geh mich auf den Pinsel du blöde Kuh geh 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 ojajajajuuu ohohohoh ohohohohoh warte, warte, warte ist das oh war halt, blem, jung Äh, werd ich verarschen! Stirb endlich mal! Oh Gott, wie der Luft! Die Straße, die Straße! Ich mach das schon! Geh da runter! Ich geb dir Deckung! Wir müssen uns austeilen! Ich scheiße die aus! Du beschützt die Denkmäler! Da schiebt niemand Schaden! Zurück zieh! Wir packen das Deputy! Ich leg ihn wieder zusammen! Es kommen noch mehr aus Südosten! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der geht gleich bumm bumm machen. Pass auf. Ich geh in Flammen auf, ich geh in Flammen auf. Was sind? Ich verschwinde von hier. Haben wir es jetzt? Junge, ne, bin schon tot. Alter, da kommt noch was von, da kommt was, 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 da kommt was ich siehste. Hm. Mein Dad sagte immer, solange wir aneinander glauben, gibt es noch Hoffnung. Wenn wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen, kriegt die Sekte uns nicht klein. Keine Angst, ich werde es nicht sentimental oder so. Aber wenn du jemals Hilfe brauchst, dann meld dich. Okay, du hältst mir den Rücken frei. Nice. Ja, hat sie super gemacht, wie sie uns den Rücken frei hat. Scharfschuss. Du hast also Grace getroffen. Ich kenn sie schon, seit sie ein Kind war. Ehrlich, knochenhart. Und eine Kämpfernatur, genau wie ihr Vater. Ich könnte englisch nicht so brauchen. Und wahrscheinlich eine deutlich bessere Schützin. Sie wird dir auf jeden Fall noch den Arsch retten. Die Kultisten kaufen immer Leute unten an der Seite. Wer sieht mich denn? Ertränken trifft es wohl eher. Wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind zu viele. Ich komme gerade irgendwie verarscht. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bringen sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Exodus. Oh mein Gott. Nehmen, Mission. Ja klar, komm. Machen wir mal. Wer sieht mich hier? Loll! Der steht da sehr ruhig. Tschüss. Hau da rein. Wo geht's hin? Ja, sag ich dir sofort. Einen Moment. Oh, hi. Ich weiß nicht. Die war schon kaputt. Plündern, plündern, plündern. Nein, ich plündere nichts in der Kirche. Hust, hust. Hust. Sorry. Schnüffel, 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 schnüffel. Wag es dich. Boomer. Weh. Verdammt. Im letzten Monat habe ich eine ganze Schachtel Schrot wegen dem Bären verschossen. Wolltest du den Lubschrauber annehmen? Ja, weil ich zu einem Waffenhändler wollte. Okay. Was? Ich bin da drin. So, ich bin da drin. Da kann mir hoffentlich nicht so schnell, wie passiert. sie und ich würde es geht auch so gut durchspaßt war auf damit oder was ich weiß ja erfolgt die auf mich ich fasse es nicht ich hab gleich hier bedrückt ich brauche hilfe hol mich wieder ich hab mich spawnen gedrückt und bin schon wieder in den dusch was soll denn das das ist nicht witzig was ist das da stand gerade drücke x für respawn ich drücke x tot ich war es nicht ich fasse es nicht echt ich wollte ich auch mal ausprobiert haben eigentlich ich will jetzt wissen was das ist ich will jetzt einfach wissen was das ist was okay okay ich probiere das jetzt aus ich hab keine wo soll ich wissen was das war oh mein gott was ist das lol oh scheiße ähm warum ich war es nicht und das soll ein zielfernrohr sein oh mein gott das ist so ich will das jetzt ausprobieren komm mal her ich brauche ein opfer okay jetzt hab ich doch gar nicht alter was kann das ding oh oh sorry ähm ich war's ich bin unschuldig was was so nachladen kann ich gar nicht das ding hat hä warte das hat unendlich schuss oder wie warte was oh mein gott oh mein gott ich auch ich hab es getone brutzelt ja ich habe geputzelt wie witzig ziemlich Ziemlich... War schon irgendwann mal so... Alter! Jeder Kultist im ganzen Tal will sich umbrechen. Oh mein Gott! Das Ding lässt sich wieder neu auf! LOL! Das ist witzig! Ja, das... Die ist völlig OP! Alter, wer schießt auf mich! Guck mal hier, ey! Guck mal hier! Ich weiß! Ich kenn die! Alter, was ist zum F***? Alter, was ist das? Was? T... T... Ich verbreite die Liebe. Ich verbreite die Liebe. Ich will Liebe verbreiten! Auch wenn man das sein soll. Nein. Ich seh die Feine! War ich da jung, was? Er hatte die Nerven. Ich will das jetzt austesten. Hola? Que passa? Ähm... Alter... Oh... Bubassois, tut mir leid. Du... Dude... Dude, was ist das? Äh... Ey! Mann, den wollte ich doch... Oh, verdammt, ey. Dude, was ist das? Was sind das für Waffen, Alter? Die sind teilweise overpowered. Was war das? Junge, was ist das? Das ist ja mal krank! Was macht die jetzt? Ach so! Ah, okay! Hä, das ist witzig. Oh. Oh. Alter! Hä, das ist mal was ganz anderes, ey. Hm. Ich würde das jetzt einfach mal aus mit der Waffe. Mal gucken, was passiert. Bist du Freund oder bist du Feind? Egal. Oh. Oh. Sorry! Okay. Weiterfahren. Oh. Hab ich dich gegrillt? Hehehehe. Hehehehe. Oh, man. Uah. Judgewell, oh. Und versteckt sich in den Bergen. Du solltest mal mit ihm reden. Oh. Neuer Charakter entdeckt. Bo Adams. Ach du Scheiße, er ist ja im Arsch der Welt. Bo, Bo Adams. Ja, in der Jacobs-Region. Jo. Aber wollten wir nicht eigentlich den Exodus machen? Ich weiß ja nicht, was du machen wolltest. Hä, wie soll ich das nicht treffen? Hä, die ist so nutzlos! Hä? Okay, das weiß ich nicht. Also, das ist komisch, die Waffe. Ach so, ich brauch hier wieder zum Aufladen. Geh mal weg da! Hau ab! Mann! Okay, du kannst sie halt nicht nachladen, aber wieder aufladen lassen. Okay, du kannst sie halt nicht nachladen, aber wieder aufladen lassen. Was? Das ist schon witzig. Boah! Hm? Ähm, ich glaub ich hab den Bären da hinten gegrillt. Ja, ich würde sagen, der ist gegrillt. Wenn er stirbt. Doch, der Bär ist gegrillt. Alter, gibt es Bären-Ragu. John will, dass wir alle Ja sagen. John will, dass wir was? Was will John? John hat nichts zu holen. Oh mein, ich hab das nicht zu holen. Hey, ich hab das nicht zu holen. Früher gab es Familien im Moonflower Trailerpark, aber jetzt ist der Verfall. Blöder Hunde. Das laute Musik spielt, rumballert und Sachen in Brand setzt. Klinge bei den perfekten Rekruten für die Kugels. Oh nein, bist der schon wieder. Oh, wieso hab ich eigentlich immer diesen scheiß Flieger in meinem Arsch? Mann, ey. Es ist nicht mehr lustig. Ich flankeere den Gegner. Flankeere jemand anders, aber nicht mich, du Affe. Mann, mich gibt's ja immer so wirklich. Ich krieg immer diesen Arsch. Ich bin zu Wasser, ey. Bist du was? Start der Fall. Hat der, hat der gerade gesagt, dass... Wuuuuh, pfff, was ist dafür? Ich wurde beschossen. Es tut mir leid. Wurdest beschossen? Ja, aus der Luft. Äh, was? Okay. Tschüss. Blöder Hammelkopf, Alter. Komm zurück. Boah, Junge, ich hol die so aus dem Himmel, Alter. Über den Wolken musst du dich wohl einfallen. Aaaaaah. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Hä? Da hätt'n Hund wohl gerade angefahren. Und der Flieger schießt mit Bomben auf uns. Ich hab' die Karre ge- Ich wollt' ne Karre holen. Oh, Scheiße. Also. Was positives hat sich der Waffe für? Ich hab' ihn definitiv aus einem Luft holen. Boah. Alter. Du darfst fahren Ich fahr Rechts oder links? Warte mal, ich mach nen Wegpunkt Nichts passiert, hab du ge... Voila, tut mir leid Okay Fernshaft jetzt Ist der geflogen Junge Diese Pistole ist so krank OP geil Ich feier das Teil Was? Hä? Hä? Was schlaubert der auch? Schade Wo willst du hin? Okay, tschüss Boomer Ich leere mich dem Ziel Ich flackiere den Gegner Steht hier einfach so n Ding auf? Wieso müssen wir denn schon wieder hier hin? Hä? So, ich bin jetzt hier angekommen Ja, wir müssen jetzt hier runter Führer Luftanker durch Nein, führst du nicht Wo ist der Pisser? Wo ist der Pisser? Oh, ich hol den aus der Luft Ich schwörs's dir Drecksnack, ey Jetzt gibt's Sunder, ihr Sünder Wie wärs mit G und sich auf den Zeiger Du Geiger Kontakt verloren Ja Dann ist ja gut Besser ist Besser ist das Hä? Diese Waffen sind so unwitzig Sorry Hä? Was? Wo? Alle Geiseln wurden getötet Ach, die müssten wir retten oder was? Ja Ja gut, dann geh ich auch anders vor Mann, du musst mir das noch vorher sagen Als Teamleader hier meine Güte Du bist mir ein Truppenführer Geh mal jetzt anders ran an die Story Kugel Kugel verlieren Überkuss entfernt Zugeschmittigkeit und Höhe Ach, wirklich Mal eben schnellen Zigarettchen anmachen Ja, Zigaretten du dir mal ein So Ja, wir gehen an das Vorhaltige Geben die Beziehung und Zeiger So Ist das nervig, ey Eckart'n Baseball-Schläger, so Na, warte mal Wo haben wir dich denn? Anstatt den Boomer will ich jetzt mal So So Ich, ich parkiere erstmal hier die ganze Geschichte So Der ist da, der ist da, der ist da Perfekt Kommt der auch noch hier runter, Depp Ehm Ey, um du Blödmann Mann, kann der nicht umdrehen? Ach, Junge Geh doch Ich suche einen besseren Winkel Du weißt, dass die das hören, sobald du schießt, das ist nicht lau- die killen dich sofort, ne? Äh, ich häng hier fest Du hängst fest? Ja, jetzt nicht mehr, bin aus dem Wasser Versuch mich hier ranzuschleichen Nein! Mann, nee! Gib mir den Scheiß Der ist weg Haben wir sie jetzt da noch? Ich glaub schon, jetzt müssen wir nur noch die Leute befreien Ah, bin da Du musst mir helfen, die sind total verrückt Gut, gut Witzig, ey Kleinvieh macht auch Mist Hä? Kleinvieh macht auch Mist, jo, stimmt, hast recht Ja Ja, also, äh, liebe Gemeinde Hä? Guck mal, was hier, was der, was der Pfaffe, was der Pfarrer hier für, für schöne Sachen hinter ihm sein Ding sagt Oh, wundervoll Ja, war Ja, war Oh, Mann, ey Okay, jetzt haben wir jetzt so Jetzt müssen wir den Widerstand eskortieren Ja, eskortier mal Let's go Bin hinter dir Ich zieh um Ich zieh um Ich brauche mehr über Ach, du ziehst um Ja, dann zieh mal rum Ja, ich probier's einfach mal aus, wie die, wie die so sind Die Mission ist das, okay Äh, äh, äh Ich bin zu hängen, hier Ich bin zu hängen, hier Huh! Was zur Ort? Kommt der denn jetzt her, ey? Kommt der denn aus dem Busch, ey? Kommt der denn Geht doch Hast'n gekriegt find ich super Mhm Frist der Teufel Scheiße, äh fliegen Was denn? Ich bin um an meinem Verbündeten, bist du blöd? Nein, hier, die hier Ja, ich kann die nicht rufen Nein, ich aber Ich wollte gerade sagen, ich wollte, hä? Toll Okay Alter, wohin? Ja, wir sind jetzt gleich da Ich war schon eben nicht mehr gemacht hier Ich höre wie ein Bär Da ist ein Roter Bär Ja, mach du mal eine Ressourcen daraus, kein Problem Voll toll Okay, ja, macht irgendwie Spaß, aber ich nehme, glaube ich, mal wieder was anderes hier So, ich nehme mal wieder das hier wieder Dann kann ich die ja nehmen, ne? Dann nimm doch Ich hab die mal ausprobiert Ist schon witzig mit der rumzuböllern Ist aber der Sniper, ne? Ja Ich liebe Sniper Wenn du, John, entkommen konntest, gibt's auch Hoffnung für die anderen Ja, 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 sehe ich auch so So Unser Mann, George, behält die Straßen im Auge Wir haben länger nichts mehr von ihm gehört Vielleicht sollten wir mal nach ihm sehen Wollte ja nur mal ausprobieren, wie wir die so sind Aber die sind schon echt op, Alter So, hier ist die andere Guck mal, da Hier, hä, hallo Hä? Komm her, komm her, komm her, komm her Da Ja, da ließ die andere Ja, ich muss nur kurz gucken Was sagt denn der, was sagt denn die Herausforderung? Keine Ahnung Die Herausforderung kann sich immer noch machen, Mann Ja, ich muss nur mit Sag's ja nur Äh, ma, 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 ma Ja, komm, mal ich das mal Kannst du nämlich die machen? Ich kann die ja immer wiederholen Die anderen Waffen Richtig Brauchen ja nicht zum Waffen-Ding, sondern ist natürlich Gut, jetzt hab ich deine, deine, deine Maschinen-Gun und, äh, das andere Sniper-Gewehr Alles klar Komm alle wieder Gut, dann, was ich jetzt noch hab, ist die Pistole halt von dem Scheiß Mhm Aber mit dem Sniper, halt das Ding, was sweet in der Hand ist, hab ich grad den Flieger runtergeholt, Alter Also hier ist, äh, Dings, hier in die Richtung geht zur Seed-Wrench Wollen wir da mal hin? Äh, wait a minute Was für ne Wrench Hä, wieso ist denn die bei mir noch nicht frei? Hä? Wieso siehst du die schon? Hä, ja, vorne und zu Hallo? Ja? Hallo? Oh, was schießt du da? Auf den Flugzeug, äh, auf das Flugzeug Ja, äh, der ist da oben Bisschen weit weg noch Also Das ist ja, was er echt schon macht, da oben ist, was er was Fällt mir jetzt erst auf, dass wir Boomer gar nicht mehr dabei haben, sondern die komische Tustrola jetzt hier? Boomer hat mir die andauernd immer zu viel geknurrt Was denn? Ich will doch hier, hallo, achso, geht gar nicht, äh, hä, warum bist du jetzt her? Hier gleich Positionswechsel Perkel Irgendwas wird hier abgeballert Hier ist irgendwo ein Bär Ja Friste Teufel fliegen Ja, wissen wir doch, mittlerweile Ohne Zimsiege Ich ändere die Position, von hier kann ich nichts machen Ohne Zimsiege Nein, dein ist Dings Die haben Schieß Ach, die haben Mörser Ja Erst haben die Mörser und Alarmalade Aber okay Werden uns da reinschleichen So Oh mein Gott Ja klar, wie kannst du mich sehen, du blöd Arsch Ohne Zimsiege Ohne Zimsiege Ah, fuck it Ohne Zimsiege 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 hier habe ich mich jetzt erschrocken dass du hier drin stehst ich habe aber ich möchte leider macht doch schon echt fange dort haben geschütztes weg By the way, no? Schön gemacht! Alter! Dude! Der Drecksack da oben stand an diesem Scheiß MG! Ich werde meine Dings, ich werde meine Waffen ändern. Ja, ich habe ja auch wieder, außer die Pistole muss ich gleich noch mal ändern, kurz. So, einen kurzen Mal das Haus hier absuchen. Oh, hallo, Wolf! Wieso habe ich Untertitel eigentlich bei mir jetzt drinnen? Hä? Keine Ahnung. Ich habe keinen Tag. Ich habe keinen Tag. Wirklich schwer. So, haben wir hinten hier noch irgendwas hinterm Haus? Ihr werdet alle das Wort des Vaters in eurem Angriff. Ach, hier steht der Mörser! Oh, hier ist noch eine Kiste. So. Was ist das Flugzeug? Ohla! Ohla! Was zur Hölle war das? Hä? Was war das? immer gut wir müssen jetzt also hier können wir noch nichts machen mit dem bist du mit dem Flugzeug über nichts machen sagst du noch nicht noch nicht ist ja gar nicht mal so schlimm ich hab ich den jetzt angelegt was für eine waffe habe ich jetzt dass der mp ist das hier kommt ein bär um die ecke geschissen verkauft so was ist das für eine du hast eine mp hast du gehabt die ich von dir aufgenommen habe kann das sein ja glaub schon ja ja glaube ich auch amerikanische maskel können wir ja mal aus amerikanische mps mp5sd mp5sd die hat der sich gehocken gehabt wie kommst du denn bitte schon an die schon an die ist bei mir noch gesperrt welche die mp5sd äh dings warte die mp5sd ist bei mir im shop gesperrt ok die gibt es erreiche insgesamt acht widerstandsstufen in beliebigen regionen um diesen gegenstadt freizustellen hä ja cool ok cool du musst du musst die aber hast du nicht mp5 hast du nicht du hast auch das powers of darkness hat oder nicht äh das das darkness ja powers of darkness hast du doch das addon ok ja ja dann müsstest du es normalerweise eigentlich äh äh gehaben powers of darkness powers of darkness da da sind die sachen die auch auf darkness sind ach doch tatsächlich da ach da ist die oh lol ernsthaft jo moin aller ok ja ist ok hab's gefunden danke bitte ja weil die normale mp5 ist halt dann ok ja gut wusste ich nicht lol ja nice das ist das sv dingsbumsd gedönse das gewesen ich auch ganz genau ausprobieren möchtest das teil hier ne nehm ich mal mit machen kann ja nicht schaden das gefällt zombies gar nicht hübscher zombieschlein köstliches blut superköstliche gehirn ok ist klar finde ich jetzt schon geil ok ich muss mal kurz gucken was das für eine ist hier mal kurz gucken ja ich will doch noch gucken was das ist jetzt das ist auch eine mp anscheinend das ist auch noch eine mp anscheinend ich mach nur ressourcen frei das ist ja alles mal austesten hier mhm 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 ok ok gut ok ich werde jetzt erstmal teams ausprobieren Und uh auch erst auf darkness und scharfschützen mal gucken du bist ja eh mit scharfschützen unterwegs ne sagst du Kann ich ja mehr oder weniger auf lautlos kill gehen, dann nehm ich nen Bogen mit, ist das in Ordnung? Mach euch Mach ruhig, sagt er Ich mach grad hier den Bogen, das ist die Ich hab das Scharfschützengewehr dabei Ja, ich nehm dann halt nen Bogen mit für lautlose Kills quasi dann Ich hab auch nen Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer Naja Ist das da? Da ist es da Oh boah Ich hab bis heute noch nicht frei Schatte das da ist Oh mein Gott, hieß ja doch einer Hä? Der ist guck Dann nehm wir doch mal den So Rotpuk-Visier Feier ich schon Ganz ehrlich So So Ich sag sein, der etwas Mal gucken, ob man das Was ist das? Mach weiter Druck auf diese Peggis Auch Gott, nater So 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 Ja, wir hätten sie hier Ach er fuck Die Teilkammer gut driften Halt mal an Vorsicht Tschüss Ja ja, es ist alles klar Kann's fahren What the fuck Hä? Ja hier ist jemand der äh Hä? Das kann nicht sein Niemand wäre so bescheuert Ich pack das nicht mehr Erst redet sie mit mir und dann sagt sie auf einmal Ich pack das nicht mehr Bitte Ist so Da ist ein äh Dings Flammenwerfer Problem ich treffe ihn nur Jetzt kannst du drauf schießen Nice Er ist weg Ähm Was geht da gerade ab? Klatsch Ja Okay das wars ne Gut Ooooooohhhhh! Alter! Alter! tschüss tschüss weg die Karre ist geil die 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 Geh los. Wir kriegen einen Besuch. Noch nicht. Och, nöööööööö Nicht der Mist Hä, wirst du mich trollen oder wat Gut. Ich wollte noch den Dings unten entstehen. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid. Diese Gefühlsdoselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens nicht. So wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Na komm schon, geh auf. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt. Wingman. Ja, ja, ja. Das Flugzeug gedönselt war das, ne? Ja, aber... Wir haben die Wrensche jetzt gemacht. Ja. Ja. Äh, hab ich einen Schlüssel eingesammelt. Damit was war da... Hä? What the fuck? Scheiße. So, hier kann ich nicht rein, oder? Okay. Wann mal die Tür hin? Wann mal die Tür hin? Was? Wofür war das Schlüsselding nochmal? Ich hab nämlich einen Schlüssel eingesammelt. Was? War hier eine Tür verschlossen? Oh, sorry. Ja, hier. Hab ihn. Oh, ein Schloss. Knack. So. Okay. So. Ich habe das Ziel in Sicht! er ist er sagt jetzt okay was sagt der schon wieder der Pisser Oh, ich hasse ihn, ne? Drecksack, ey. Geht der mir auf den Sender? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt tu den hier so halt nackt rum, sag mal. Geh uns nisch auf den Sender. Oh, wo ist denn jetzt eigentlich hin hier? Warte, warte, warte. Wo ist die Kare? Sollte es vielleicht nicht da so stehen. Denk an deinem Auto bist du nicht sicher. Fahr, 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 fahr! Oh nein, fahr, fahr! Oh, 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 oh. Da ist unser Auto. Oh, schnell den Wechsel. Steig rein. Wo bist du? Oh nein, 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 nein! Möge nicht, der Blitz beim Scheißen trefft, Greg! Alter, Wichser, ey. Mann, ist das eine Scheiße, Alter, ich sag dir das. Oh Mann, der ist so nervig. Wow, super, wir sind weit gekommen. Ja, dann laufe ich jetzt einfach. Dann laufe ich jetzt einfach. Ey, der Vogel ist ja jetzt auch nicht mehr hier, wie du siehst. Und hörst, ist jetzt schön ruhig hier. Ach, Mann, 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 ey. Dreht sich die halbnackt rum, guck ihn dir an. Dem, 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 dem. Ich seh'n großer Silo. Okay. Hm? Ach, das ist das, ja, ja. Ähm. Alter. Oh, Alter, das war dringend in meinem Blick. Oh, Alter, fängt nur das auf. Ich liege. Schön. Schön. Er auch. So. Hoch mit dir. Schlafen ist nicht, Kollege. Ich find das interessant, dass die Waffe in der Luft hängt. Geh'll. Daaaaartom, daaartom. Daaaartom. Daáábaábaá. Ist ja gar nichts genug. Ohn nein. Ohn nein. Äh. Du, leider, aber was? Alter, Cheater, ey. verdammt er macht hier wieder alles kaputt alles platt macht er hier ach mal bist du fähig oder oh was heißt hier ach oh Alter, was ein Randalist Oh ja, 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 schlimmer als ich, ey Mann, jetzt klettert er doch raus Ich möchte mal anmerken, ich hasse es Was machst du da? Sag mal Bist du jetzt fertig? Sasquatch ist hier draußen Guck mal, hab was gefunden Es ist rot, es ist hoch, es ist breit und rund Eins ziel Und es macht bumm, wenn man was da drauf Lass uns bumm bumm machen Komm Okay So, machen du jetzt bumm Oder soll ich jetzt bumm Reicht nicht, wenn du einschmeißt Nein, jetzt schmeiß gleich zwei Okay Oh, während ein Silo geplatzt Explodiert ist es direkt noch Ein Safe aufgeknackt Wow Ah ja Da hinten geht Party ab Hier ist ein halber Brand Ähm Hallo Ja Gut Ich werd das Prepperversteck jetzt hier machen Tiefseetaucher meinst du oder was? Mhm Hä, was hab ich jetzt gemacht? Tiefseetaucher Tiefseetaucher Alter, was geht denn da schon wieder ab, Mann? Ey, die machen mal wieder Party Respekt dann schon Ich habe in der Nähe Ein Peggy-Jagdruck gesehen Also der sieht aus, als ob der sich gerade den Lein gezogen hätte Ja Oh, wie wär das denn mal... Jetzt kommt's Karte benötigt Karte benötigt Dark Äh Oh nein Oh nein Nicht der Mist Oh scheiße Äh, ich hab hier was Ich weiß nicht, warte, das ist aber irgendwas was Glaub ich kommt das Ja, du hast wahrscheinlich Ah, ja auch noch durch Du hast wahrscheinlich die Karte zum Schuppen Nein Nein, du hast nicht NERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICH uffa Oh fack Oh warte, 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 warte Oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gott braucht gar nicht gut Ich denke, dass ich sie habe Ich denke, dass ich sie habe Wie soll ist jetzt die Tür denn jetzt auf? Ja weil ich Aufgemacht ab hast du mich gerade nein kannst du die tür aufmachen wenn ich die karte gerade geholt hast du das ding jetzt habe mich ab gepumpt oder was was das dienst ist nicht verfügbar was wie ist nicht verfügbar keine ahnung fehler zu groß verloren cool der horst wieder diese die bleibt nur zwei wege erlösung und tot john sieht das hat er wieder wunderbar geklappt warte mal ich schlage dich wieder ein ja wäre von vorteil schon toll ich habe dich eingeladen das jetzt ja nein 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 ja ich habe mich also muss ich selber manual gucken so trotz allem was du getan hast kannst du immer noch erlöst werden du bist nicht ich bin hier ziemlich unzufällig der vater und faddi achja ey vater ja 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 mal da ja 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 das war jetzt ja die das das ist so okay ddddddd dann haben wir das hier auch fertig ja das ist ja aber wir aber hier links hier ist das mit dem flugzeug das würde ich jetzt erst mal gerne machen doch hier erreiche schon zieht strange weiter runter bei dir ach da unten ja meintest du unten Wingman oder was jep hh ok gut dann ich gehe da hin schon wieder Wasser und tauchen oh pappappappappappapp wo wolltest du hin oh hi hab mal ein Pfeil abgekriegt der Pfeil hängt nicht um man und damals im Ferienlager was da hab ich meine Unschuld verloren ist das so interessant ne meine Unschuld hab ich mit 14 verloren oha ist aber sehr früh auf nem Campingplatz er fasst sichiser anderes in Ferienlager what the fuck sag mal fährst du grad mit nem jet nein weiß ich was du meinst ich höre nur noch ganz weit weg Ich schlaufe hier durch den Wald und er fährt einfach mal kackenbreiß durchs Wasser. Ja, also, ich komme hier aber auch nicht rein jetzt gerade. Scheiße. Ich fahre mit einem Jetski. Ja, das hat sich gerade so angeboten. Anstatt dass er mal fahrt, ob er mich mitnehmen kann, ne? Hey, du warst doch schon wieder am Vorraschen dahinten, so weißt du? Du bist ja schon wieder am Rennen gewesen. Statt auf diese glorreiche Idee zu kommen, das Jetski zu be... Das Jetski, den Jetski, keine Ahnung, scheißdeutsch. Was soll man denn da oben hinkommen? Das ist ja am Arsch der Heide. Beschafft mal... Beschafft mal einen Hubschrappschrapp oder so. Oh, oh, oh. Hab ich gar nicht einen Hubschrauber gesagt? Hier ist irgendwo einer. Hubschrappschrapp. Ja, hier ist... Da steht doch einer. Da vorne. Hinter dir. Da. Hm. Hilfe. Hilfe. Warte auf mich. Let's go. Oh, oh. Nein, ich springe diesmal nicht raus. So. Sterbe ich gleich nur wieder durch diese Rotoren, ey. Hä, was hast du denn jetzt? Wie war denn auch hier schon? Ach so. Wie bist du denn jetzt denn... Hä? Das ist jetzt ernsthaft getan. Genau, wir machen diese Rage auf jeden Fall das zweimal, Alter. Er geht in die Hauke und denkt so, was, sie sind Feinde. Genau, ich schaue. Oh, ist das witzig. Sorry. So, der Test of Example. Damals hat es nicht funktioniert, weil mein Spiel bzw. meine PS4 abgespielt ist. Oder das Spiel. Keine Ahnung. Let's go. Kann ich jetzt hier irgendein Spacke außer Zuzug? Nein, ich kann nichts machen. Perfekt. Okay. Ich sitze jetzt mit drin und muss hoffen, dass er das alles macht. Ähm. Genau. Flieg erst mal Richtung Norden. Norden ist... Oh. Ähm. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Dank, ich vertraue dir, was das Fliege angeht, das Auto. Natürlich. Gut. Ich lasse dich mal mit dem linken Flügel winken. Er bereitet mir Sorgen. Er stellt sich immer ein bisschen quer. Hilf. Ja, wenn was nicht stimmen würde, wäre die Kiste außer Kontrolle. Ja, ein paar kompetente Pilotmascherekte schon auch. Ähm. Ähm. Du zügst kreist da rechts. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh, mir wird das schlecht, Alter. Boah, diese Klapperkiste klappert so extrem. Mann, ausgerechnet in John's Ranch einzubrechen und heil wieder rauszukommen. Den Fickern haben wir es gezeigt. Das müssen die erst mal verdauen. Äh, ja. Vor allem Dinge, wir haben die ganze Arbeit gemacht. Ich hätte echt gern die Gesichter von nicht gesehen. Blöde Peggys. Blöde Peggys. Was anderes machen die hier gar nicht. Die schlagen vor deiner Tür auf, so wie bei mir, und nehmen sich einfach, was sie wollen. Ach, eigentlich war ja klar, dass alles gut gehen würde. Dieses Flugzeug hat noch keinen Rye im Stich gelassen. Ich weiß nicht, was wir ohne diesen Flieger hätten machen sollen. Noch ein Kind zeigen. Du solltest gleich zu der Flussgabelung kommen. Halt dich rechts. Ja, wer seine Heimat verteidigen will, muss aus besonderem Holz geschnitzt sein. Unter uns. Keine Ahnung, ob das auf mich zutrifft. Ich weiß ja nicht, ob du kleine Monster daheim hast. Aber ich kann dir sagen, schon beim Gedanken, dass wir ohne Vater aufwachsen müssen, wird mir ganz mulmig. Dabei ist meins noch unterwegs. Ach ja. Wenn ich mein Zuhause aufgeben bin, um meine Familie zu beschützen, dann ist es eben so. Ist doch das Richtige, oder? Naja, Fliegerass nicht. Aber ich versuche mich halt zu konzentrieren, bevor die Müdigkeit beginnt. Es lässt mir immer noch das Blutkochen, dass ich das Zuhause verlassen muss, dass meine Familie mühevoll aufgebaut hat. Die haben sich jeden Zentimeter zu schweiß verdient. Und jetzt verliere ich alles an so einem Man-Bahn-Hirn und seine Inzug-Tonne. Scheiße! Das ist der Hirsch! Da war der Hirsch. Lass uns dafür sorgen, dass sie keinen leichten Tod finden, Partnerin! Oh oh. Oh. Oh nein. Perfekt. Ich kann nichts machen, ich bin nur... Josef Schergenkippen drogen in unserer Wasserversorgung. Such nach dem Bewässerungsbecken und ähnlichen Orten und heiz ihn richtig ein! Du bist ein echtes Fliegerass! Du bist quasi der nächste Klatschnixen! Mann! Der war so cool! Der nächste Klatschnixen! Alles klar! Oh! What the fuck? La 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 la! Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger und nur stark, stark wie ein Tiger, ach ne. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Hallo Flieger. What the fuck? Dark, sanft, nicht aggressiv sanft. Wenn du ne sanfte Kurve fliegst und eher so... Klingt sehr toll. Ich spiele es schon mal. Klasse Landung, Partnerin. Bring mir das Flugzeug, ich winke dir. Also, das hat der drauf, der Dark, ne. Fliegen kann er. Sollte mal einen Pilotenschein machen. Äh, doch, warte mal, bist du vor mir weg und bist raus. Ich bin doch drin geblieben, hallo. Ja, vor allen Dingen, ich steig jetzt aus dem Cockpit aus, ne. Du Satansbraten hast sie, du hast sie, danke. Du Satansbraten. Kim, das Flugzeug ist zurück. Hey, komm schon, wir drehen sie um. Komm schon, pack an. Bist du... Äh, wie... Hangel? Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas für ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit drei Generationen meiner Familie. Ist das zu glauben? Und das Ding fliegt noch? Kim, kommst du dann? Ja, ich komme! Ehrlich, die Frau mag mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Uff. Ich hab ein paar Veränderungen vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Was? Oh... Stimmt aber ja, was. Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf! Herr im Himmel! Hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greif von Opa und du von unten, was sagst du? Booyah! Ja! Geht auf Opa aus! Wir sollen mit dir zurückkommen! Okay. Daumen hoch! Tschüss! Lass dich Link da! Ja, vergesst nicht zu liken, um auch zu lassen und so! Was sie schön vorgewehrt. Warte mal, haben wir Glühwein da drinnen gesoffen oder was? Hä, was haben wir da drinnen gesoffen? Haben wir Glühwein da drinnen gesoffen? Äh Sag mal, du bist durch die Tür Und da kniete einer genau vor dir Äh, vor dir, äh Hä? Echt jetzt? Ja! Hä lol? Den hab ich gar nicht gesehen Oh! Kommt doch rein Kommt rein, komm Na komm Alter Schön Den Hangar Oh mein Gott Hä? Ach du warst das Ich weiß nicht, ob ich hier oben hingehen sollte Aber Oh, wir gucken mal Hier oben ist ein Snipergewehr Ja, nice Ja, du solltest dir das auch holen Ich hab ein Snipergewehr Achso, du hast eins, okay Komme ich denn hier unten noch? Hä? Nein, ich bin nicht Nein, 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 nein Scheiße Wo ist meine Waffe jetzt hin? Wo ist denn der jetzt? Wo sind denn die alle? Ich weiß Die sind unten, aber ich hab meine Waffe verloren Hup! Ach, fuck doch die Henne, Alter Hä? Hüpfen auf dem Dach Hä? Ach Ja, gut, okay Hä? Was ist das bei der Waffe? Ich hab sie gefunden Oh, da kommen noch welche Ähm Du schaffst das schon Ich glaub an dich Für die Horde Läuf von dir hin Äh Für die Allianz Läuf Jetzt nachladen, du blödes Ding, ey Scheiße Der geht oben hoch Ja, ich seh's Haben Schön gemacht Okay, cool Oh, oh Oh, scheiße Nein, nein Ich muss keine Granate werfen Mann, fuck Da kommen noch mehr Über die Landebahn Annäherungsminen, bitch Bleib auf Distanz Ich bombardier die Typen Oh Gott Oh, okay Oh Nein, bleib doch hier, ja, ich kann, oh, jetzt kann ich wieder nicht looten, alter, es ist so nervig. Komm schon, wir müssen los. Nein. Nicht? Nein, das ist unser Haus. Du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht, dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst. Oh oh. Nick, dein Großvater hat dieses Haus gebaut. Willst du es wirklich aufgeben? Und was ist mit deinem ganzen Händesgeschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen, es ist ein Mädchen. Das war ein grisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm, darauf kann man gar nichts erkennen. Ich liebe dich. Ich dich auch. Tja, Deputy, sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal, wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Ha? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ey, ja, toll. Bitte pass auf ihn auf. Keine Voraussetzung. Wir sind am Ende beide gestorben. Ich schnapp mir dann das Flugzeug. Oh, jawohl, ey. Das ist super. Also, wirklich. Hallo? Ich hab mir schon so manche Nacht mit Nicks Vater im Sprite Egel in die Ohren gehauen. Er ist ein guter Junge. Was? Kümmer dich um die Familie, Deputy. Sie gilt als Symbol der Hoffnung im Gesamt. Hör mal, mach dich nicht so fett, ich komme nicht aus der Tür. Und sieh mal, ey, geh hol jemand an da, ey. Und sieh mal, ey. Drum, ey, wirklich, ey. Ey, schlimm mit dem. Okay. So, jetzt haben wir hier Wingman fertig. Jep. Wollt's jetzt zu Pata Jerome oder er zu... Er zu Posten. Hier ist nochmal irgendwas mit dem Flugzeug. Ach, das ist die Flugzeugmission. Oh, nein. Ich erinnere mich gerade. Was zur Hölle. Okay. Dann gucken wir mal. Ja, was? Wohin? Er zu dieser Flugzeugmission. Oh, okay. Oh, nein. Okay. Die Peggys fahren mit Tankwagen rum und klauen sich den ganzen Treibstoff. Wahrscheinlich planten sie einen Angriff. Halte die Augen offen. Und wenn du sie findest, bombe sie zurück in die Steinzeit. Okay. Fly on the wings of love. Fly me to... Fly me to the moon. To the moon. Ach, ja. Ich wollte schon immer mal fliegen. Aber nicht auf die Fresse. Da bin ich schon oft hingeflogen, glaube ich, ja. Oft genug. In meinem Leben. Steht noch. Gottes Willen, ey. Jörg, aber was, du Ehre? Hör mal, da ist ein Flugzeug und keine Stiftschaukel. Ey, wo du willst... Boah, der Tank mit dir zu fliegen, ne? Junge. Oh, Gott. Oh, mir wird schlecht, Alter. Ich werde flieh krank, Alter. Ich werde schiffskrank. Flug krank. Flieh krank. Hast du es jetzt? Es existiert immer noch. Hä? Steht da. Es pinkt immer noch. 100. Jo. Alter. Sag mal, hast du dein Zielmesser verloren, oder was? Es ist immer noch da. Alter. Ja, ich sehe schon. Wir haben recht. Wow. Warum hast du halt nicht von vornherein so gemacht? Oh, äh, links von uns, ja. 2.000... 600. Ja, dann nimm erstmal den 600er und dann ab zum 2000er links. Wollte ich sagen. Mhm. Ach, guck mal, da unten steht jetzt noch ein Flugzeug. Geil, hätte ich satt gewusst, hätte ich das genommen, Alter. Das hat sogar schwarze Flugzeug. Geil. Abschießen. Los, let's go. Komm, komm, komm. Garn. Es existiert immer noch. Hinter uns. Oh, oh. Ei, au, 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 aue, 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 äh, ich kann nichts dafür. Ich bin nur stiller, Mitfahrer. Alter, will ich mich verarschen? Der vordere, den musst du platt machen. Jep. Ich muss mal kurz ein bisschen schneller fliegen. Ja, 186 Meter oder so. Oh mein Gott. Ah, verdammt! Am besten fliehst du jetzt hinterher. Umdrehen, hinterher und dann im Stoßflug auf die runter. Also quasi schießen. Weißt du, was ich meine? Pass aber bitte auf die Masten auf. Oh Gott. Hätte ich glaube ich nicht sagen sollen. Okay. Oh Gott. 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 Aber darüber müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Weiter so. Ja. Der nächste. Ähm. Okay. Also ich krieg hier hinten gleich einen Schleudertrauma. So. Der erste Wagen ist weg. Ja. Das hab ich gesehen. Der Zahncluster ist jetzt markiert. Uaah. Hä? Wir wurden beschossen. Nicht Hä? Okay, ich flieg jetzt mal ein bisschen weiter über die Straße, dann flieg ich wieder zurück. Ja, du bist 300 Meter entfernt. Jetzt sind fast 400 Meter gewesen. Wär jetzt abgebogen. Mann, ich hätte ihn beinahe noch gekriegt, wenn er nicht irgendwie in den Wald reingebogen wäre. Boah, jetzt wäre er ja wieder auf der Straße, oder? Ja. Okay. Jawohl. Jupp. Zerstören die Helikopter. Zwei Stück. Das ist nicht gut. Helikopter, Helikopter. Ja, richtig voll. Helikopter, Helikopter. Was zum Fick, warum der her? Äh, wir haben da einen anderen hinter uns. Hinter uns ist ein Flieger. Ja. Der uns versucht abzuballern. Und ich kann nichts machen. Oh mein Gott. Der ist hinter uns rechts. Alles klar. Hä? Ja, der Dings. Der hat den Helikopter plattgemacht. Perfekt. Ja, der schießt noch die ganzen Zeilen von uns. Hilfe. Ey, ist der jetzt weg oder was? Als ob der jetzt weg ist. Ist er weg? Weiß ich nicht. Ich komm gerade in Schüsse, aber ich seh ihn auch nicht mehr hinter uns. Nice. Oh mein Gott. Rechts von uns. Vor dir. Ja, der Pisser war dann. Woha! Das war ein bisschen sehr nah. Das hoffe ich doch. Scheiß auf die Zeugen Jehovas. Er qualmt. Ich seh das. Ich seh das. Er qualmt immer noch. Du hast einen Schaden, ja. Einen totalen Dachschaden. Was ist da unten? Ja, der ist platt. Ich seh das. Tschüss. Und nun? Zucker. Was für eine Aktion. Du bist der erste Konkurrenz für den Weg. Sein Ego wird schneller Luft verlieren als ein Football der Patriots. Ja. Das ist der erste Konkurrenz für den Weg. Ja. Ja, der ist der erste Konkurrenz für den Weg. Ähm. Fliegst du gerade mit dem Flugzeug auf die Stadt zu? Ja. Dein Ernst? Okay. Hä? Geronimo! Jippie! Haha. Kein Scheiß-Potor, der mich getroffen hat, wenn ich abgeschwungen bin. Ich konnte täglich aus dem Flugzeug mal abspringen. Das ist so geil. Mein Wunschtraum hat sich erfüllt. Endlich. Und es war nur mit Tag möglich. Ja, hat es aber Schiss, ne? Hat es aber Schiss? Alter. Dude, ich sitze die ganze Zeit hinten und kann nichts machen, außer zuschauen. Wer hat da keinen Schiss? Mal ernsthaft. Ich habe es schon gesagt, wenn du hier vorbeikommst. Du warst ein schönes Vorbild für uns. Ohne dich hätten wir False End wohl kaum zurückerobern können. Die meisten werfen nur einen Blick auf Edens Gate und wenden sich ab. Die anderen lernen eine harte Lektion. Mein Dad war einer der ersten, der sich gegen sie stellte. Jedes Mal, wenn Peggys kamen und Streit gesucht haben, sprang Dad in seinen Truck und hat sie aus der Stadt gejagt. Er liebte diesen Truck. Er nannte ihn Witwenmacher. Und diese Wichser haben ihn eine Woche vor seinem Tod gestohlen. Scheiße. Willst du die Sekte richtig sauer machen? Dann hol mir den Witwenmacher zurück. Zeigt der Sekte, dass wir nicht so leicht einsteigen. Achso doch. War jetzt nicht. War jetzt nicht. Er wird bei einem Getreide mit dem Ausblick von hier scharf bewacht. Aber ich glaube, du bist für den Job bestens beeignet. Nimm mich. Das brauche ich nicht. Alles klar. Wenn du es sagst. Alles Wotscha im Kampotscha. Das ist aber nicht Part an Jerome Wills gewesen, was du an hier genommen hast. Nee. Ich bin ein Dings. Ich bin erst mal hier die Sachen angucken. Was ist zu? Ich kann sie nicht retten, aber du vielleicht. Bitte. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde. Komm zu glauben, dass du aus dem Säckenbunker entkommen bist. K.O. Radarstation. Okay. Aber das mache ich jetzt später. Lass dich nicht her. Hey, du da. In der Küche. Weißt du. Sag mal, was machst du? Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht gemacht. Ich war gerade mit dem Typen am Quatschen. Kommt gleich wieder. Das jährliche Hodenfest von Falls Amd ist das... Das jährliche Hodenfest! Das jährliche Hodenfest! Was machst du da? Guckst du dir eure Hupen an oder was? Ich bin vom Dekra-Hupen-Test! Könnt' ich meinen Hupen testen? Guckst du dir diesen nackten Hasen da hinten an! Guck mal wie er da oben oben steht! Also die Hupen sind vollkommen in Ordnung! Guckst du dir das bestanden! Kein Schmiss! Scheiss! Alter! Er redet vom Eiern und Hodenfest! Ist doch nicht normal! Da wirst du schon bekloppt! Da stand alles hier richtig sexistisches Vergehen! Da wirst du schon bekloppt, ey! Hier ist er echt beglaubt in der Stadt doch! Hä, was lachen da? Warte mal! Ach, da ist doch ein Zettel! Och nö! Hier war das! Hier war das! Oder auch nicht! Hä? Ach doch da! Komm, wir wollen! Geronimo! Verdamm! So! Da ist auch noch irgendetwas! Oh nein! Ich hör schon wieder so komisch! Äh, hier liegt doch ein... Hab ich gerade ernsthaft auf dem Tisch in der Werkstatt! Mhm! Da liegt noch ein Zettel! Ich komm jetzt! Hallo! Ah! Wie ist schon? Da sind alle Tassen! Und die waren hier noch nicht! Und die waren hier noch nicht! Echt! Scheiße! Hä, doch müssen wir ja gewesen sein! Man kann wieder sicher nach vorne! Okay! Hier ist noch ein Zettelett! Nach Mechaniker! Okay! Der ist schon wieder, ey! Der geht mir schon wieder auf uns vor! Warum ist der denn schon wieder hier? Der blöd Arsch! Tö! Himmel Arsch und Swern! Ja, ist so! Nein! Ich hab meinen schönen Baseballschläger nicht mehr! Verdammte Axt! Ich will meinen Baseballschläger wieder haben! Weg! Ich möchte meinen Basic wieder haben! Tür auf! Geben wir meinen Baseballschläger wieder! Ich will das Aluminiumteile haben! Wo ist es? War das hier? Ne! Doch hier war das! Ne! Da war das! Ne! 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 Ah doch! Da ist der! Ja! Das ist der! Ne! 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 Basi! Herr Hörer! Die! Der! Die! Die! Der! Da! Da! Ich will auch so ne stabile Mikrowelle haben! als ob die so viel Pizza alle fressen. Guck dir das mal an. Junge. Das ist ja uncool. Die Tür geht nicht auf. Guck mal, hier ist ein Safe drin. Aha, aha, aha. Was für eine Flasche? Was ist da für ein Spezielles drin? Hä? Jo, was? Hallo? Es ist die Flasche kaputtgeschlagen, okay. Der fliegt hier immer noch rum, der Dödel. So nach Hause gehen. Wir müssen die Belüftung machen. Machen wir das jetzt anders. So, pass auf. So, jetzt. What the fuck? Hallo, das Ding ist sogar mit, 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 mit. Warte mal. Okay. So, stellen wir das Ding jetzt einfach mal hier hin. So. Dann haben wir das hier. Wo ist der Penner? Komm zurück. Hallo, fließt mal ein Buch. Schnauze. Ich muss hier gar nicht hin. Schnauze. Ach, bist du? Jetzt bist du mal weg, oder wie? Na ja, weiß wer der Babo ist. Wie ist der? Sie verpisst. Die alte Pussy, ey. Ich muss wissen, wer der Babo ist. Ist doch. So. Oh. Kommst du ein paar Jahre leider zu spät. Und mit dieses zu sagen, dass ich mich nicht tätowieren lassen soll. Ich hab schon ein Tattoo. Aber... Ist fein. Kein Problem. Ich hab von dir gehört. Oh. Sch, 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 sch. Hm. Du hast du den gerade auch get... Was hast du... Wolltest du den Mülleimer stecken? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Er versorgen die einfach. Du kannst ihn nicht verstanden. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Da bleibt eben so. Du scheiße. Damit den noch keiner so gut findet. Ha, 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 ha. Oh, Gott. Das ist so wild. So, dann lass mal zum Pastor. Ja. Ich muss ne Be... Ich muss ne Beicht ablegen. Ich... Ja, muss sündigen, man. Mein Kollege hat ne... Hat nen Zivilisten gekillt. Hallo! Hab ich... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Er kam mit dem Augenblick die Tür rein, der blöden Mann. Pastor! Ich muss dir was sagen. Yo, Jerome! Alles fresh? Hab ich das noch gar... Okay, ist ja gut, ich geh ja schon. Ha, 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 ha. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Wir brauchen dich. Tu das von mir weg! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Wie du sehen kannst, sorgt John C dafür, dass viele Menschen leiden. Und ehrlich gesagt, wird mir das zu viel. Diese Menschen brauchen... Au, ho, 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 ho! ...frage die Verantwortung für sie. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. vielleicht essen die gerade steaks und nicht leisten auch nur einen unserer kämpfer zu verlieren ich bin sehr ungern auf dieser seite einer waffe ich bin sehr ungern auf dieser seite einer waffe ja genau die pappen die da steht die hast du gar nicht die papp kann hier die hier das hatte ich nur diese papp kann mit nur die hier mal gucken was du jetzt machst was du jetzt mir egal ob die gesichert ist mir egal ob die gesichert ist ich verschulde eure mama ein bisschen die kirche da hat er die papp kann ich seh was da auch okay kein problem ich weiß noch nicht wohin aber egal ich weiß noch nicht wohin aber egal ich bin's ach so du bist du bist ein freund ich hätte dich jetzt fast überm haufen geballert hä wo ist der hin ach da ist es ja tschüss was haben wir denn hier schönes guck mal oh 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 hier ist noch äh hier äh also das Prozent sagt Rucksack mal nicht was war das was war das du du bist bei der die die er auf alle entscheidend so Fräulein schreibt Ja Geronimo, ich komme Boah, wir sind schon fast wieder drei Stunden dran, ey Ja, ist normal, ne? Dann machen wir gleich mal Feierabend, ne? Ey, du bist doch mal ein hartnäckiger Bär Arschloch Ja, können wir machen Klack, 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 klack Hast du? Ne, der ist zu weit weg Der Bär hat einfach getötet Äh, wo kommt Was? Ja, also, äh Der Bär kam von da Sie hat ihn nicht gesehen Und dann Ich, dann kam Wir von da und Sie tüchten Pflanzen und kochen dann Blister raus Die alte Brauerei ist die letzte Station Wenn man die lahmlegt, gehen sie am Stock So habe ich nicht vor, abzutreten Gut, ich bin ja auch nicht Ja Auch ohne LKW Tschüss Das geile Wucke Boah, Alter, das Ding ist zum Tränen, ist aber hoch Junge Wir haben eine neue Kühlerfigur, glaube ich Das ist so witzig Von da und Von da und Volk Die kommen da jetzt nicht mehr weg. Ist das nicht. Ich bin der andere Ghost Rider, Alter. Wo fahren wir hier überhaupt? Ah, da hinten hin. Das ist meine Highway to Hell. Du hast das markiert. Nein, du hast das markiert. Nein? Doch, das ist deine Markierung. Willst du mich verarschen? Wieso ist das mein... Ist nichts von mir markiert? Oh, scheiße. Schön, wo wollten wir denn überhaupt hin? Dahin, ja? Ja. Oh, der gute Samariter, ne? Ach, du scheiße. Naja, auf jeden Fall... Ja. Wer war denn jetzt? Der blaue? Das blaue, okay, da hinten. Also jetzt doch das da. Okay. Also das gelbe. Kann sich jetzt entscheiden, ja? Tschüss. 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 Der Witwenmacher, okay. Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Flugzeug wird befähigt. Das darfst du ihn sogar mal anschließen. Der Witwenmacher? LKW fahren kann nicht. Und genießt die Spazierfahrt. Joa. Bin ich gut. Ich finde den LKW einfach nur geil. Ohohoho, geht fast den Geisel mitgekriegen. Krass. Ja, okay, klasse. Kurz vor den Top 10. Okay, cool. Daka, der hat mich einfach rausgeschmissen. Der hat keinen Bock mehr auf mich. Ich bin rausgeflogen bei dir. Echt? Ja, dann wollen wir das machen mal dazu. Dann machen wir für heute Schluss. Dann machen wir für heute Schluss. Genau. Dann machen wir für heute Schluss. Ich bin auf die epische LKW-Spritztour-Fahrt. Ja, hat aber wieder Spaß gemacht. Definitiv. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut mal rein. Bleibt mal fein. Und vielen Dank für's dabei. Und ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream. Bis dahin. Ciao, ciao. Oh, warte mal. Den muss ich jetzt eben noch schnell befreien. Auf YouTube? Hast du streamt? Nein, ich habe Dings. Ich packe das später auf YouTube drauf. Oh Gott. Die Arbeit mache ich mir nicht nur. Nein, ich tue das einfach nur rüberpacken. Also halt über den... Wie nennt sich das? Keine Ahnung was. I don't know. Bye, bye.